Hallo miteinander! Unser Thema heißt Familienmitglieder, ihr Aussehen und Charakter. Nasche Themen sind seit Jahren der Familie, ich mir schnüßt ihr Charakter. Macht bitte eure Bücher auf Seite 79 auf, Übung 3a. Seite 9 und 70 auf, Übung 3a. Bitte sprich nach. Отkürte учебник на странице 79 и повторите за мной слова из упражнения 3a. Strang. Strang. Blond. Zwicklowelosy. Leib. Любимый. Sportlich. Sportivny. Jung. Mолодой. Brav. Послушny. Glatt. Glattkirovny. Super. Klassen. Jetzt schreibt bitte die neuen Wörter ins Heft. Bitte drückt kurz auf die Pause und erledigt die Aufgabe. A теперь запишите neue слова, saluti prats. Поставьте Video на Pause und выполните задание. Gut gemacht. Jetzt schlagt eure Bücher auf Seite 80 auf, Übung 3b. Seite 80, Übung 3b. Ordnet Adjektive in zwei Spalny positive, negative, zu. Откройте учебник на странице 80. Соотнесите прилагательные в упражнении 3b в два столбика. Позитивное прилагательное и негативное прилагательное. Stop bitte das Video und schreibt die Übung in die Hefte. Остановите Video и запишите упражнение tegrat. Überprüft euch. Проверьте себя. Gut gemacht. Schlagt eure Bücher auf Seite 80 auf, Übung 3c. Seite 80, Übung 3c. Откройте учебник на странице 80, упражнение 3c. Плэтерт auf Seiten 78 und 79 zurück. Stopп das Video, лэст Петрас Blog und ergänzt diese zwei Gruppen, Charakter und Äußeres, mit Wörtern aus Петрас Blog. Вернитесь на странице 78, 79. Остановите Video, прочитайте Blog Петри еще раз и дополните две группы Charakter и Внешность словами из этого блога в упражнении 3c на странице 80. Überprüft euch. Проверьте себя. Sehr gut. Остановите Video и выполните задание в тетрадь. Einige Variante sind möglich. Несколько вариантов возможны. Прибаблю euch. Проверьте себя. Gut gemacht. Jetzt macht eure Bücher auf Seite 82 auf, Seite 82, Übung 4D. Stoppt das Video und schreibt die Sätze anders. Отkreuze Uchебung nach St. 82. Остановите Video, превратите Предложение в отрицательное. Überbrückt euch, проверьте себя. Gut gemacht. Обратите внимание, что Nein – это отрицательный ответ на вопрос, что обозначает Нет. А с помощью частички Nicht мы можем отрицать глаголы, прилагательные, а также настоимения. И ставится эта частичка Nicht перед тем словом, которое мы отрицаем. Stoppt das Video und schreibt die Sätze noch einmal anders. Остановите Video и превратите отрицательное предложение в положительное предложение с частичкой Doch. Überbrückt euch, проверьте себя. Gut gemacht. Обратите внимание, мы употребляем частичку Doch, чтобы положительно ответить на вопрос или предложение, в которых есть отрицание Nicht. Jetzt schlagt eure Bücher auf Seite 83 auf, Übung 4G. Seite 83, Übung 4G. Откройте учебник на странице 83. Сейчас мы разыграем маленькие диалоги. Зеркальце, зеркальце на стене. Зеркальце, 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 зеркальце Sehr gut, bildet jetzt selbst den kleinen Dialog. Die Wörter unten helfen euch. А теперь ваша очередь. Мы составим вместе похожие диалоги. Слова снизу помогут вам. Я начинаю, а вы отвечаете. Spiegeln, Spiegeln an der Wand. Bin ich lustig? Spiegeln, Spiegeln an der Wand. Bin ich traurig? Sehr schön. Für heute machen wir Schluss. In der nächsten Stunde arbeiten wir am Thema weiter. На сегодня все. Мы продолжим на следующем занятии. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.